Herzlich willkommen liebe Gäste. Heute befinden Sie sich in der Brasserie, dem einzigen à la carte Restaurant der Culinaria. Wir haben eine Sitzkapazität von 30 Personen, also recht gemütlich und intim. Wenn Sie eine Trauung bei uns machen möchten, haben Sie die Möglichkeit, im Kronleuchterfoyer das durchzuführen. Anschließend erhalten Sie von uns einen Sektempfang und eventuell Fingerfood. Anschließend können Sie je nach Tageszeit ein Mittagsmenü oder ein Abendessen bei uns durchführen. Von daher kommen Sie gerne vorbei und vereinbaren Sie einen Termin. Vielen Dank. Vielen Dank.